Ja, herzlich willkommen, liebe Zuseherinnen und Zuhörerinnen zu unserer Sendung Die Wissenschaft Kavala einfach erklärt. Mein Name ist Elisabeth, ich komme aus Österreich. An meiner Seite ist Boris aus Berlin, der uns die Fragen beantworten wird. Ja, herzlich willkommen, liebe Zuseherinnen und Zuhörerinnen zu unserer Sendung. Und wir haben zum letzten Mal über die Freiheit schon gesprochen. Ihr könnt eure Fragen, wenn irgendwelche auftauchen, in den Live-Chat reinstellen. Wir haben den im Blick und werden dann entsprechend auf euch reagieren. Boris, kannst du vielleicht eine kurze Zusammenfassung vom letzten Mal machen? Ja, schönen guten Tag, hallo zusammen. Wir freuen uns wieder, euch hier zu sehen und wir sind live dabei zum Thema die Freiheit. Ja, in diesem Artikel der Baal Solam, der größte Kabbalist des 20. Jahrhunderts, erklärt, worin besteht der freie Wille von einem Menschen. Er erklärt das eigentlich sehr gut und der Kabbalist derjenige, der dann ein bisschen über diese Materie sich erhoben hat und die spirituelle Welt erlangt hat. Das heißt, die Welt über diesen fünf Sinnesorganen, etwas, was außerhalb von uns existiert. Und von dieser Stufe, von dieser hohen Stufe ist er in der Lage, dann über unsere Welt ein bisschen mehr zu berichten, über diese materielle Welt. Ja, er hat mehr Einsicht, mehr Durchblick und dementsprechend schreibt er uns an und sagt, wie kann man sich, ja, wie kann man sich von den Fesseln dieser materiellen Welt befreien. Ja, und das haben wir bereits in den ersten zwei Sendungen, glaube ich, oder Elli? Wir hatten schon zwei. In den ersten zwei Sendungen bereits angefangen zu sprechen. Wir haben gesagt, dass normalerweise jemand in dieser Welt versteht den Begriff die Freiheit nicht ganz richtig. Das heißt, jemand, der denkt, okay, ich habe jetzt Möglichkeit, etwas zu tun, dann tue ich das, dann bin ich frei. Wenn jemand mir diese Möglichkeit wegnimmt, dann bin ich nicht frei. Ja, dann fühle ich mich irgendwie vielleicht gezwungen, vielleicht fühle ich mich versklavt, vielleicht fühle ich mich dann, ja, irgendwie eingeengt, dass ich nicht das machen kann, was eigentlich ich will. Und Baal Solam oder Jehuda Aschlag, der Kabbalist, sagt, das ist nicht die Freiheit, die normalerweise, wir denken, es wäre die eine. Die Freiheit ist, sich von dem Willen zu empfangen, zu befreien. Hört sich vielleicht ein bisschen kompliziert an, aber wir haben bereits erklärt, der Wille zu empfangen ist etwas, was wir bereits von der Geburt an verfügen. Ja, der drückt sich aus vielleicht im materiellen Körper, der Wille zu empfangen für sich selbst. Und die Freiheit besteht darin, dass man sich von diesem Körper quasi befreien kann, von diesem Willen zu empfangen für sich selbst. Wohin befreit man sich? In den Willen zu geben, den Willen dem Schöpfer zu geben. Es ist ein neuer Körper, ein neues Verlangen mit der Absicht, dem Schöpfer Genuss zu bereiten. Und in diesem Verlangen kann man dauerhaft existieren, kann man dauerhaft etwas Neues wahrnehmen, etwas Neues spüren. Und diese Wille zu geben, ist eigentlich neue Realität, neue Wirklichkeit. In dieser Wirklichkeit, schreibt Baal Solam, muss jeder, jeder Mensch auf diesem Planeten in dieser Wirklichkeit irgendwann mal, früher oder später, irgendwann mal reingehen, eintreten, aufsteigen. Und solange man noch nicht sich verändert hat, das heißt den Willen zu empfangen für sich selbst, in den Willen zu geben, verwandelte. Wie kann man das machen, werden wir noch besprechen, haben wir schon ein bisschen kurz darüber gesprochen. Aber solange man das noch nicht getan hat, bleibt man in diesem Willen zu empfangen quasi drin. Ja, man inkarniert immer wieder, kommt in dieser Welt, solange bis man dann bereit ist, diese Freiheit zu erlangen. Und diese Freiheit, hat man auch gesagt, die Freiheit vom Engel des Todes. Das heißt, der Engel des Todes ist der Wille zu empfangen, der uns versklavt, der uns die ganze Zeit spüren lässt, denken lässt, was tue ich, was muss ich tun, um mir selbst Genuss zu geben, um nur mich quasi genießen zu lassen. Nur mich, keinen anderen. Selbst wenn ich jemandem anderen Genuss geben möchte, nur damit ich davon was habe. Darum geht es. Und die Befreiung ist, die Befreiung vom Engel des Todes. Danke, Boris. Nun, wir befinden uns ja in einer besonderen Situation, einer traurigen eigentlich, wo sich auch viele Menschen sehr ohnmächtig fühlen angesichts möglicher Kriege oder des Krieges oder möglicher Ausweitung des Krieges. Und das passt eigentlich ganz gut zu unserem Thema Freiheit vom Engel des Todes, weil ja auch, weil ja jeder Mensch eine bestimmte Sicht bedingt dadurch, wie er geboren ist und welche Erfahrungen er gemacht hat, auf ein bestimmtes Ereignis hat. Und die Frage, die ich jetzt als erstes stellen möchte, bevor du die vier Faktoren vielleicht erklärst, die der Bala Sulam hier ins Rennen führt, wie kann denn der Mensch in dieser Zeit seine freie Wahl eigentlich überhaupt wahrnehmen? Oder der Titel unserer Sendung lautet ja auch, was kann man tun, wenn man eigentlich nichts tun kann, wenn einem die Hände irgendwie so gebunden erscheinen. Möchtest du vielleicht darauf kurz eingehen oder denkst du, man sollte zuerst die vier Faktoren erklären, um das dann genauer besprechen zu können? Das ist eine sehr gute Frage. Ich verstehe, die Menschen heutzutage haben auch keine Zeit, darauf zu warten, bis wir alle Faktoren erklären und dann sagen, okay, hier hast du die freie Wahl. Aber kurz gesagt, ja, wir haben eine Wahl, wir haben eine freie Wahl, die besteht aus bestimmten Aktionen, die wir tun können, um dann selbst den Krieg zu verändern. Der Mensch hat eine freie Wahl und diese freie Wahl müssen wir auch oder sollten wir sie auch in Anspruch nehmen, sodass die Welt zum Besseren wird. Natürlich ist es alles wissenschaftlich fundiert, also Kabbalisten haben das auch schon ganz gut erklärt, also diesen vier Faktoren. Wir haben, ja, Faktor eins quasi, was wir sind, ja, also Vererbung sozusagen, Menschsein, ja, das sind die spirituelle DNA, spirituelles Programm in uns. Dieses Programm, also entwickelt sich und dieses Programm entwickelt sich auch permanent in uns und in diesen Faktoren sind wir nicht frei. Das heißt, wir haben keine Wahl jetzt, auf einmal ein Baum zu werden oder auf einmal zu einem Affen sich zu verwandeln. Wir sind Mensch, ja, sehr viele Menschen auf dieser Welt und bleiben der Mensch weiterhin. Und das Programm, nach dem wir uns entwickeln, ist ebenfalls unveränderbar. Allerdings, was wir tun können, wir können eine richtige Umgebung wählen. Das heißt, die Umgebung, in der wir uns entwickeln können, das können wir wirklich tun. Und diese Umgebung erlaubt uns dann quasi diese Freiheit, also diese Freiheit, den Aufstieg zu schaffen. Das heißt, indem wir uns diese Werte vermitteln lassen, wie Liebe, Verbindung, Geben, Vertrauen, Weisheit, ja, also geben an den Nächsten, lieber den Nächsten wie dich selbst. Wenn wir uns unter dieser Umgebung hinstellen, sind wir dann in der Lage, uns tatsächlich zu verändern. Wir haben auch eine Möglichkeit, auch den Krieg dadurch zu, ja, quasi zu stoppen, ja, weil wir, wir gehören zu der, zu der einen Seele, zur Seele von Adam. Also ich werde vielleicht ein bisschen mehr da ein bisschen erklären müssen. Die Seele von Adam ist eigentlich der Wille zu empfangen, mit der Absicht, dem Schöpfer Genuss zu geben. Dieser Wille existierte in der höheren Welt. Dieser Wille zerbrach. Und wir sind, wir sind quasi die Punkte im Herzen oder die, die Zweige aus dieser Seele. Das heißt, in jedem von uns befindet sich dieser Punkt im Herzen. Ein Stück von Adam, ja, dieser Mensch, ein wahrer Mensch befindet sich in uns. Und unsere Aufgabe, unsere Aufgabe auf diesem Planeten, in dieser Inkarnation, in diesem Leben, besteht darin, diese Punkte im Herzen zusammenzubringen, ja. Und alle Menschen auf dieser Welt müssen diese Aufgabe erledigen. Das heißt, sich verbinden über allen Differenzen, über allen Abstoßungen, über dem Hass, über der, über der Angst, über dem Ärger. Alles, was wir jetzt spüren, diese negativen Eigenschaften sind für uns wirklich wichtig. Weil nur durch die Arbeit mit diesen negativen Gefühlen, die wir jetzt spüren, ja, so wie du sagtest, die Machtlosigkeit, was kann man denn tun, über diesen Eigenschaften können wir uns wirklich erheben und uns mit dem Nächsten zu verbinden, unabhängig, wer der wäre, ja, ob er irgendwelche Werte vertritt, die wir selbst nicht leiden können, ja, das ist nicht die Sache der Kabbalisten. Das heißt, wenn wir jetzt über die aktuelle Lage sprechen, über die Situation im Krieg, es geht nicht darum, dass wir hier Politik irgendwie machen wollen oder in die Politik eingreifen wollen. Es geht darum, dass ein Kabbalist über dem steht, ja. Ein Kabbalist ist jemand, der dann an das Ziel der Schöpfung denkt. Er weiß, warum diese Ereignisse geschehen und der Kabbalist sieht diese Ereignisse auch bevor, ja. Und indem wir diese Ereignisse auch sehen, sehen wir eine große Möglichkeit, sich zu korrigieren. Die Menschheit hat tatsächlich jetzt zum ersten Mal diesen Zerbruch, was ich vorhin angesprochen habe, den Zerbruch der Seele von Adam, diesen Zerbruch zu korrigieren. Ja, der Zerbruch war auch da, der war nur nicht sichtbar. Das heißt, die Menschen waren tatsächlich im Inneren getrennt, ja. Im Inneren gibt es diese Trennung in jedem von uns, ja, diese Sache, die wir als Freiheit oder als liberales Leben, ja, also spüren, ja. Auf der einen Seite westlichen Werte oder die östlichen Werte, die Autorität und die Herrschaft, die Macht. Alles ist in uns. In einem einzelnen Menschen, diese Werte sind vorhanden. Und dieser Zerbruch, ja, existiert in jedem von uns. Und indem jeder von uns daran arbeiten würde, diese zwei Gegensätze zusammen zu verbinden, zusammen quasi über allen Differenzen, über allen Widersprüchen, über allen Abstoßungen zusammenzubringen, dadurch korrigieren wir tatsächlich die Seele von Adam. Dadurch schaffen wir, also als Mensch tatsächlich die Seele von Adam wiederherzustellen. Und das kann jeder Einzelne tun, das können zwei Menschen tun, das kann ein Zehner tun, das kann auch eine Nation tun, ja. Wie Kabbalisten sagen, im Großen und im Einzelnen, alles ist gleich, ja. Und indem jeder Einzelne sich so korrigiert, dadurch korrigiert er das Ganze. Und ich kann wirklich, ich bin in der Lage als Kabbalist, als derjenige, der diese spirituelle Methode anwendet, ich kann diesen Krieg stoppen, indem ich diese zwei Gegensätze in mir betrachte, indem ich sie nehme und zusammenbringe in Liebe, in Verbindung und in der Absicht, dem Schöpfer Genuss zu geben dadurch. Weil das erfordert Kraft von mir, ja. Vielleicht brauche ich eine Gruppe der Gleichgesinnten, die mir dabei helfen, ja. Ich kann auf jeden Fall, bin ich in der Lage, also die Ereignisse so umzudrehen, dass sie zum Besten sich wenden würden. Danke, Boris, für diese schöne Erklärung. Die Menschen fragen sich ja schon seit Anbeginn der Menschheit, warum eigentlich Gott solche Dinge zulässt, dass so viele Menschen leiden, sterben, dass Schmerz und Leid existieren. Vielleicht kannst du ganz kurz darauf eingehen, versteht ein Kabbalist das, warum das passiert, und sieht dahinter einen Plan, ist das Ganze moralisch zu betrachten, es kommt ein Krieg, weil die Menschheit so und so agiert und sich nicht verbindet. Wie sieht es der Kabbalist? Ist ein Krieg eine Folge aus der Nichtverbundenheit der Menschheit oder ist es etwas, was der Schöpfer uns zur Korrektur schickt? Nicht als Strafe, sondern als Möglichkeit. Keine Strafe, keineswegs. Also wir sprechen hier über keine Strafen. Wenn ein Kabbalist über Strafen etwas spricht oder sagt, dann meint er die Korrektur. Kabbalisten meinen niemals, es gibt keine Bestrafung. Und du hattest vorhin gesagt, wie kann der Schöpfer so etwas zulassen? Ich kann vielleicht eine andere Sache dir sagen, dass der Schöpfer macht das. Der Schöpfer ist dafür auch verantwortlich, kein anderer. Die Frage ist, wie kann das sein, der Schöpfer, der gut und gut es tun, der nur die Liebe und das Licht wäre. Wie kann das sein, dass der Schöpfer solche schlimmen Sachen macht und wie du vielleicht auch schon vorsichtig gesagt hast, zulässt? Ja, als ob da jemand anderer etwas täte, der Schöpfer schaut da von der anderen Seite zu und als ob er nichts dagegen unternehmen würde. Ja, das ist nicht die Vorgehensweise, die Kabbalisten meinen. Sie sagen, der Schöpfer macht dies, was wir jetzt beobachten. Warum macht er das? Ja, warum beobachten wir tatsächlich das, was geschieht? Ja, wir sind in eine neue Etappe, Etappe der Welt eingestiegen. Ja, diese neue Etappe sieht vor, dass die ganze Menschheit auf eine neue spirituelle Stufe sich erhebt. Und im Moment ist tatsächlich eine große Gelegenheit, ja, diese Korrektur zu schaffen durch die Verbindung. Ja, diese Korrektur war da, ist vorhanden. Die hat man bis jetzt nicht gesehen. Ja, die war in der Seele von Adam eingepflanzt, ja, durch den Sündenfall so genannten, ja, in den kabbalistischen Büchern steht darüber geschrieben, Adam sündigte und seine Seele zerbrach und es blieben dann wo 100 Ketarim, 100 Getas, quasi 100 Teile in den Welten Be'ya, Bre'ya, Yetzirah, Si'ya. Adam ist ein spirituelles Wesen, der Mensch, ja, jemand, der vom Schöpfer erschaffen worden ist, fiel so tief runter, dass wir diese Welt nun spüren, diese Welt bestehen aus 8 Milliarden Teilen, die quasi nachförmlich quasi als Form eines Menschen annehmen, als ob etwas hier geschehe, irgendwelche Kriege, irgendwelche Urlaub, Genuss, Familie oder Krieg, Leid und so weiter, Katastrophen, all das ist nicht die Welt, die tatsächlich früher und auch später sein wird, ja. Die Welt der Liebe, die Welt des Lichts, das ist eigentlich, was der Menschheit bevorsteht. Und um sich davon zu befreien, von dieser Versklavung, vom Willen zu empfangen, in dem dann die Seelenteile gefallen sind, gibt es dann diese Welt, gibt es dann die Möglichkeit, sich über diesem Hass, über dem Ärger, über der Rachenlust, über diese Machtlosigkeit, diese ganz negativen Dinge, die wir so denken, es wären negativ, ja, in eine neue Empfindung zu verwandeln, verwandeln in die Empfindung, dass alles vom Schöpfer kommt. Alles, es gibt nur eine Kraft und die ist tatsächlich gut liebend, ja. Und diese Kraft bringt Weisheit, bringt Vertrauen, bringt Erbarmen, Barmherzigkeit. Das Problem ist, durch den Willen zu empfangen, in dem wir quasi verfangen sind, können wir diese einzige Kraft nicht wahrnehmen. Ja, wir sind auf uns, auf sich selbst konzentriert, ja, denken nur an sich selbst und nicht nach außen quasi, ja. Lasst uns jetzt tatsächlich über die ganzen Einflüsse, die wir jetzt spüren, erheben. Ja, ich verstehe, jeder befindet sich in der eigenen Version der Wahrheit, so genannte. Ja, jeder steht unter dem Einfluss der Medien, der Umgebung und denkt, das wäre richtig und die andere Seite wäre falsch, ja. Die andere Seite denkt, okay, ich wäre richtig und die anderen sind falsch. Keine ist hier richtig oder keine ist hier falsch. Wir müssen uns erheben auf neue Stufe, Stufe Mensch, ja. Wir müssen tatsächlich in dem Anderen diese Qualität des Gebens sehen, entfühlen, mit dem Herzen und mit ihm verbinden, trotzdem, dass er vielleicht eine andere Meinung vertritt, ja, trotzdem, dass er, ja, also dass er uns abstößen würde und trotzdem, dass wir Rache zum Beispiel üben wollen, ja, trotz allen solchen Sachen, wenn wir uns erheben, korrigieren wir unsere Seele, korrigieren wir die Seele von Adam. Damit befreien wir uns tatsächlich vom Engel des Todes. Also zusammengefasst, die Seele von Adam, Harishon, ist zerbrochen und in unsere Welt herab sind die Einzelteile gestürzt. Jetzt, es scheint mir so, Boris, diese Welt wäre ja eigentlich für uns da, dass wir die Korrektur durchführen, um zur nächsten Liebe zu gelangen. Es scheint so, als wäre diese Welt auch eine Welt der ungenutzten Chancen, weil es scheint so, als würde das Ego ständig noch mehr überhand nehmen. Ist es eine Welt der ungenutzten Chancen? Was könnte denn der Mensch, wenn er nicht jetzt sofort zum Kabbalah-Studium schreiten würde, aber trotzdem ein bisschen so in Richtung Korrektur denken würde, was würdest du dem Nicht-Kabbalisten raten in so einer Situation? Einem Nicht-Kabbalisten raten würde ich ihm folgendes sagen. Man soll sich über allen Differenzen erheben und sich verbinden auf einer neuen Ebene, auf einer Ebene der Liebe, auf der Ebene der Vernunft, des Vertrauens, der Empfindung des Ziels, der Schöpfung. Warum wurde dann die Schöpfung erschaffen, nur mit einem einzigen Ziel, Genuss zu empfangen, mit der Absicht quasi zu geben? Das ist ein unendlicher Genuss, wenn man jemanden anderen gibt. Und wir müssen auf diese Stufe kommen, auf die wir dann als Mensch quasi, wie sagt man, vorgesehen sind. Wir müssen würdig werden, quasi Genuss zu fühlen, wenn wir anderen geben. Und das kann jeder tun. Jeder, selbst Nicht-Kabbalist, ist in der Lage, das zu tun. Allerdings natürlich mit Hilfe eines Kabbalisten. Ja, hier sind wir als angehende oder abgeschlossene Kabbalisten quasi gefragt, weil durch die Kabbalisten entsteht diese Verbindung nach oben. Ja, ein Kabbalist ist in der Lage, quasi den Mangel, den jemand an ihm gibt, ja, Chissaron nennen das die Kabbalisten, also Verlangen, quasi aufzunehmen, zu fühlen und dann weiterzuleiten in die höhere Welt. Soweit, dass man da auf dieses Verlangen dann die Fühlung bekommt, das Licht. Ja, und dieses Licht gibt man dann weiter an das Verlangen, was diese Mangel dann erhoben hat. Und dann entsteht quasi eine Art Kanal, eine Art Zinor nennen das die Kabbalisten. Ein Kanal, was Licht leitet, ja, und somit werden wir als Kabbalisten quasi die Leiter vom Licht, ja. Und jeder würde das tatsächlich spüren. Jeder würde dieses Licht des Erbarmens, der Barmherzigkeit empfangen. Und da werden alle Kriege nicht mehr nötig sein. Ja, man wird erfüllt sein. Ich fand das ganz interessant, auch psychologisch, dass er anscheinend die Friedensbildung in einem selber anfängt, wenn man mal versucht, den Fokus von sich ein bisschen wegzunehmen und die Sicht zu erweitern, nicht? Weil man muss ja mal zunächst mehrere Sichten auch wahrnehmen und tolerieren, damit der Frieden in einem selbst überhaupt beginnen kann. Auch begonnen wird, darüber nachzudenken. Was bedeutet das eigentlich? Frieden ist ja nicht nur, wenn zwei Länder nicht aufeinander schießen und sich wohlwollend zueinander verhalten. Frieden ist ja auch in einem Menschen oder in einem Menschen zu seinem Partner, zu seinen Kindern, zu den Eltern, zu seiner Umgebung. Das heißt, habe ich das richtig verstanden, dass die Kabbalisten schon auch meinen, dass der Frieden in einem selbst, im Menschen selbst irgendwie angelegt ist? Das ist exakt, das ist genau richtig. Ja, der Frieden in sich selbst. Deshalb sehe ich die ganzen Kriege, sehe ich die ganzen Probleme, Katastrophen, Leid, wenn ich sie selbst vielleicht nicht nah an mir spüre, aber ich sehe das. Ja, ich nehme es wahr, ich sehe, ich höre. Also das reicht mir, um mitzuleiten. Ja, und wenn ich das sehe, dieser Zerbruch ist in mir, sonst würde ich, das kann ich sehen. Ja, also wenn ich Zerbruch nicht hätte, würde ich nur weißes Licht sehen, würde ich tatsächlich die höhere Licht sehen. Wenn ich dieses wahrnehme, ist der Zerbruch in mir. Nun, die Frage ist, wie korrigiere ich mir, in mir diese zwei Gegensätze? Und hier sagen die Kabbalisten, es ist ganz, ganz schwer, allein so eine Korrektur zu machen. Ja, bis soweit, dass wir gar nicht mehr in der Lage wären, in unserer Generation allein diese Korrektur durchzuführen. Ja, deshalb empfehlen dann die Kabbalisten, das werden wir vielleicht in den nächsten Folgen besprechen, empfehlen die Kabbalisten, uns als eine Gruppe der Gleichgesinnten zu versammeln. Ja, die Gruppe kann auch aus zwei Menschen bestehen, aus am besten zehn. Ja, das reicht aus, um dann diese Korrektur durchzuführen. Das heißt, in dieser Gruppe sammeln sich quasi verschiedene Teile, die gegensätzlich zueinander sind. Ja, es ist sehr, sehr gut sogar, dass diese Widersprüche dann in so einer Gruppe existieren, diese Gegensätze. Ja, vielleicht einer kommt auch mit einer Sicht, der andere kommt mit der anderen Sicht und dann stoßen sich die ganzen Sichten zusammen. Das ist perfekt, dass es die ganze Korrektur ist in dieser kleinen Gruppe. Ja, wenn diese kleine Gruppe dann schafft, über sich zu erheben und diese Teile zu verbinden, du musst mich fragen, wie verbindet man die, wie dieser Teil dazu verbinden, dann wird die Welt korrigiert, dann verschwinden die ganzen Kriege, dann ist die ganze Schöpfung am Ziel angelangt, dann ist der ganze Sinn der Inkarnationen erfüllt. Ja, dann sind wir tatsächlich befreit. Und der Engel des Todes kann dann vorbeifliegen und uns nicht beschäftigen, nicht mehr beschäftigen. Boris, vielleicht auch zum Verständnis für die Menschen, die uns zuschauen. Die Kabbalah ist ja eine Wissenschaft oder eine Weisheit, die etwas, die insofern besonders ist, weil sie versucht, eben durch den spirituellen Ansatz, alle Gegensätze zu verbinden. Also man kann sich das sehr schwer vorstellen, wenn man das so theoretisch hört, dass aus Schwarz und Weiß nicht grau wird, sondern eigentlich etwas anderes, dass aus der Liebe und dem Hass sich nicht aufhebt und neutralisiert, sondern zu etwas vollkommenen wird. Also das ist auch das Faszinierende an dieser Wissenschaft, dass hier nichts ausgeschlossen wird, sondern dass es sehr integrativ ist, was dem Menschen natürlich schwerfällt, weil der oft sich nur auf eine Meinung oder auf eine Einstellung einschießen kann. Aber Boris, vielleicht magst du uns die vier Faktoren von Bala Solam mal so kurz anreißen, damit wir vielleicht dann nochmal ein bisschen genauer nachspüren können, wo eigentlich die Freiheit ist und vielleicht auch draufkommen, dass auch unsere Gegner keine Freiheit haben. Ja, okay, dann wollen wir mal kurz damit beschäftigen. Ich werde meinen Bildschirm jetzt teilen. Ich hoffe, jetzt kann man was sehen. Ja, also vier Faktoren. Ich hatte die schon am Anfang der Sendung kurz angesprochen. Also der Mensch, also Bala Solam schreibt, dass jede Erscheinungsform bei allen Geschöpfen hat im Prinzip vier Faktoren. Ja, also vier Faktoren, nach denen wir dann sehen können, wo unsere freie Wahl liegt. Ja, und diese Faktoren, diese Faktoren sind, also die erste Faktor, Faktor, die Grundlage. Ja, das sind quasi unser spiritueller Rishimot. Ja, also das ist ein kabbalistischer Begriff, spirituelle Vererbung, die wir mitbringen. Ja, wir sind kein leeres Blatt. Ja, wenn wir in diese Welt kommen, wir bringen was mit. Ja, wenn wir von dieser Welt gehen, wir nehmen auch was mit. Ja, und somit, diese Vererbung findet statt. Ja, und diese Vererbung ist eigentlich fest. Ja, das nennen dann die Kabbalisten die Grundlage. Und dann gibt es ein zweiter Faktor. Ja, Faktor, Bartholam beschreibt ihn als Ursache und Wirkung in Bezug auf die unveränderlichen Eigenschaften der Grundlage. Das heißt, das Programm, nachdem sich diese ganzen Rishimot, ja, spirituelle Entwicklung stattfindet, dieses Programm, nennt er dann Faktor 2. Ja, also so wie wir gesagt haben, aus einem Menschen kann kein Wurm werden und aus einem Affen auch nicht mal ein Mensch sogar. Ja, also hier ist interessant, weil Solam, oder ich habe nirgendwo gesehen, dass die Kabbalisten sagen, aus einem Affen wurde ein Mensch. Ja, der erste Mensch wird ein Mensch und das bleibt auch so. Ja, das heißt, das Programm, die Entwicklung von den, von der Grundlage ist, ist quasi unveränderlich. Und dann gibt es dritter Faktor. Der dritte Faktor ist, also Bartholam beschreibt ihn als innere Faktoren der Grundlage, welche sich gemäß Ursache und Wirkung aufgrund des Kontaktes zu fremden Kräften verändern. Das ist ein Faktor, in dem wir bereits freie Wahl hätten. Ja, wir müssen ein bisschen verstehen, was das bedeutet. Auf jeden Fall, was es hier zu verstehen gibt, es gibt etwas in der Grundlage, was sich verändern, verändert lassen kann, verändern lassen kann. Ja, etwas kann sich verändern durch die, durch einen Kontakt zu fremden Kräften. Etwas, was man quasi noch zu einem Kontakt bringen kann und das verändert sich in uns. Okay, das ist Faktor drei. Und Faktor vier, es gibt Ursache und Wirkung fremder Kräfte, die von außen auf die Grundlage einwirken. Das heißt, es gibt irgendwelche fremden Kräfte, die unabhängig von meiner Grundlage mich beeinflussen können. Das heißt, diese fremden Kräfte müssen wir auch besprechen, was die sind. Ja, aber in denen sind wir auch nicht frei. Ja, zum Beispiel diese fremden Kräfte, Einfluss der Umgebung wie Ökologie, wie Sonne, wie Wind, wie Kriege zum Beispiel. Ja, alles, die Katastrophen, die stattfinden, alles ist die Einwirkung der fremden Kräfte und auf die Grundlage, die wir nicht verändern können. Ja, wir können keinen Vulkanausbruch auf einmal stoppen, zumindest jetzt nicht. Ja, und dementsprechend haben wir dort keine freie Wahl. Gut, das wäre erstmal so, das wäre die Übersicht über diese vier Faktoren. Vielleicht kannst du dazu mal was fragen oder ist das verständlich? Also, vielleicht nicht auf den ersten Blick, aber ihr könnt es ja nachlesen. Der Link ist im Chat drinnen, im YouTube-Chat. Da haben wir auch schon zwei Fragen, auf die wir später eingehen. Interessant ist eben die Grundlage, dass wir Mensch sind und dass im Faktor zwei auf den Mensch Dinge einwirkt, nämlich wie er aufwächst und was er lernt und in welcher geografischen Region er aufwächst und so weiter. Und der Bala Sulam beschreibt auch, dass der Mensch dann mit gewissen Neigungen geboren wird. Also er hat spirituelle und genetische Informationen mit und die machen Neigungen. Also zum Beispiel Neigungen zu Sparsamkeit. Könnt ihr jetzt auf der einen Seite mit uns immer moralisch irgendwie besetzen. Sparsam ist gut, geizig ist schlecht. Aber so in diese Richtung. Und je nachdem, hat Boris schon erklärt, im dritten Faktor kann man sich die Umgebung wählen, wo, wie man sich hauptsächlich gedanklich aufhalten. Und mithilfe dieser Umgebung prägt einen das natürlich auch. Wenn ich gern, weiß ich nicht, backe und in einem Back-Fanclub bin oder in einer Back-Gruppe, dann werde ich diese Richtung wahrscheinlich mich perfektionieren. Wenn ich ein Mann wäre und mich für Fußball interessieren würde und trainieren würde, dann würde mich diese Gruppe interessieren. Und so geht es weiter mit politischen und religiösen und so weiter. Aber man kann sich natürlich auch in eine Umgebung begeben, wo man diese Dinge lernt, dass man versucht, diese Gegensätze zu integrieren in sich selbst, indem man das gegenüber halt auch beobachtet und so. Kannst du dazu was sagen? Wir sagen ja, die Umgebung ist etwas, was man noch halbwegs wählen kann. Worauf sollte man denn da achten bei der Wahl der Umgebung? Das ist eine gute Frage. Worauf sollte man achten? Aber zuerst vielleicht, weil du schon gleich mit dem Faktor 3 hier angefangen hast, sollte ich mir vielleicht ein bisschen kurz erklären. Also der Mensch stellt ein Ergebnis, seine Umgebung da. Das heißt, das, was wir sind, wir sind das Ergebnis des Einflusses der Umgebung. Wir wurden erzogen, wir wurden in einer bestimmten sozialen Schicht erzogen, von bestimmten Eltern, bestimmten Glaubenssätzen. Ja, wir denken, so wäre es richtig, so wäre es moralisch richtig, so wäre es moralisch falsch. Ja, wir haben bereits in uns einen Haufen von, ja, von Überzeugungen, ja, die wir eigentlich gar nichts dafür haben. Wir haben nicht gewählt, bei welcher Mutter wir geboren werden. Wir haben nicht gewählt, in welchen Kindergarten wir gehen. Wir haben auch vermutlich nicht gewählt, in welcher Schule wir gehen würden. Ja, und wer dort unsere Mitschüler sind, welcher Werte sie uns vermitteln würden, die Mitschüler oder die Lehrer auch mit dazu, ja. Also es ist auf jeden Fall nicht wählbar für uns gewesen. Somit sind wir Ergebnis eines Umfeldes, ja, was auf uns eingewirkt hat. Und das geht aber auch weiter. Das heißt, wenn wir uns jetzt, ja, wenn wir erwachsen, also ich nehme an, wir sind alle erwachsen, ja, die Kinder schauen uns nicht zu, also wenn wir weiterhin unter dem Einfluss der Umgebung stehen, wir werden weiterhin davon beeinflusst. Unser Gedanken, unser Verlangen, unsere Wünsche, unsere Absichten sind das Ergebnis der Umgebung. Deswegen müssen wir wirklich aufpassen, welche Umgebung, unter welchem Einfluss der Umgebung wir stehen oder uns stellen wollen. Das heißt, das ist ein Unterschied. Ich kann wirklich verstehen, okay, diese Umgebung ist für mich gut, ja, dann stelle ich mich bewusst unter dem Einfluss der Umgebung und dann werde ich merken, nach einer bestimmten Zeit, ich übernehme die Werte von den, von den Menschen, die dort sind. Ich übernehme deren Gedanken. Ich übernehme deren Verlangen. Plötzlich beginne ich, was zu wollen, was ich niemals gewollt habe. Plötzlich will ich dem Schöpfer geben. Plötzlich spüre ich Genuss davon. Plötzlich offenbart sich neue Spirit der Welt für mich. Darum geht es. Ja, ich stelle mich unter den Einfluss der Umgebung, die mich verändert. Deshalb, die Wahl der Umgebung ist sehr, sehr entscheidend. Ja, sehr entscheidend. Und ich kann sogar so weit sagen, dass man aufpassen muss, ja, unter welchem medialen Einfluss man sich hinstellt. Ja, ich kann auch nicht empfehlen, jetzt unter den oder den Einfluss zu stellen. Ja, ich kann sagen, jeder mediale Einfluss verändert mich. Ja, also, würde mich verändern. Deshalb auf jeden Fall aufpassen, nicht zu viel, nicht zu detailliert, ja, weil dadurch verändert sich mein Wesen, dadurch, also, mein Verhalten, mein Wesen nicht, aber Verhalten. Und ich denke, also sagen auch die Kabbalisten, dass man diesem Faktor 3, die freie Wahl, verfügt. Ja, die freie Wahl besteht darin, dass man sich unter den Einfluss der richtigen Umgebung hinstellt. Was ist die richtige Umgebung? Die richtige Umgebung ist der Einfluss der Kabbalisten, denjenigen, die dann in die spirituelle Welt kommen wollen, diejenigen, die uns diese Werte vermitteln, geben an den Nächsten, liebe den Nächsten wie dich selbst, gebe dem Schöpfer, verbinde dich über allen Differenzen, liebe den Nächsten wie dich selbst, habe ich schon gesagt, zweimal ist gut, und also quasi alles tun, um dem Schöpfer Genuss zu geben. Da sind die Werte, die uns diese Umgebung vermitteln muss. Ja, also wenn ihr eine Umgebung sucht und jetzt nach krampfhaft nach Kabbalisten sucht, ihr könnt euch gern einloggen auf der Kabbalah-Akademie und da einen Kurs buchen, aber ihr könnt beruhigt sein, also nicht jeder Mensch muss Kabbalah studieren, sondern am Ende, wir wissen das und haben das in der ersten Folge schon gesagt, in der Kabbalah heißt, dass alle Menschen ins Paradies kommen werden, früher oder später, unter bestimmten Voraussetzungen. Ja, Boris, du, wir haben zwei Fragen, da haben wir die Rose Betty und den Marco. Der Marco fragt mal, ich stelle die Fragen hintereinander, weil das ist ein bisschen ein Dialog gewesen, also wie verbindet man diese gegensätzlichen Teile? Frage eins. Frage zwei, heißt das, umso mehr Leid man hier empfindet, umso zerbrochener ist man und umso mehr Verbindung braucht man? Also hängt das Gefühl oder die Größe des Leids damit zusammen, ob man selber mehr zerbrochen ist oder nicht? Oder wie hängt das zusammen? Sehr, sehr tiefe Fragen, Marco. Ja, sehr, sehr gute auch Fragen. Und von Betty ist die zweite, ja. Die zweite von Betty, die erste von Marco. Okay, lass uns jetzt mal nacheinander dann gehen. Von Marco war, wie verbindet man die Teile? Das ist eine wichtige Schlüsselfrage, würde ich sagen, die Schlüsselfrage dieser Sendung. Sind zwei Gegensätze, ja, schwarz-weiß, böse, gut. Die verbindet man nicht zusammen. Ich kann sie nicht verbinden. Elisabeth kann sie auch nicht verbinden. Aber wer sie verbinden kann, ist der Schöpfer. Aber er verbindet diese Gegensätze, wenn wir ihn darum bitten. Das ist das Geheimnis. Das heißt, unsere Hinwendung, unsere Ansprache an den Schöpfer kann diese Gegensätze verbinden. Man kann nicht Wasser mit Feuer zusammen verbinden allein, aber der Schöpfer kann das tun. Er ist derjenige, der quasi diesen Frieden zwischen zwei Gegensätzen macht. So steht das auch in den Schriften geschrieben. Ja, also, dass man Frieden schafft, also Mann und Frau und der Schöpfer, zwischen ihnen, die heilige Schina, zwei Gegensätze, die sich abstoßen, die aneinander entgegengesetzt sind, die kann nur der Schöpfer verbinden. Aber er kann das nur tun, wenn wir sagen, Schöpfer, das ist die Stelle des Zerbruches. Ja, an der Stelle reißt die Welt auseinander. An der Stelle sind wir getrennt. Ja, an der Stelle wollen wir verbunden sein. Ja, und diese Bitte oder Mann, mein Nukwin, ja, Frauengewässer nennt sich das, Frauenwasser, auf kabbalistisch, ja, in kabbalistischer Sprache, diese Mann, also diesen Mangel, Mangel an Verbindung, Mangel an, an diese zwei Gegensätze zu verbinden, diesen Mangel erheben wir nach oben zum Schöpfer. Und der Schöpfer antwortet darauf, ja, und verbindet diese zwei, zwei Gegensätze zu einem. Ja, somit sind, korrigieren wir eigentlich diesen Zerbruch, ja, und diesen Zerbruch kann man in der Seele durchführen, Verzeihung, korrigieren, ähm, außerhalb, quasi, des Körpers, das heißt, in einer Gruppe der Gleichgesinnten, als auch unter Völkern, ja, genauso, genauso, das ist derselbe Zerbruch, der in einem steckt, ja, das ist Makro- und Mikrowelt, ja, so, so funktioniert das. Also, bitten beim Schöpfer, er soll das tun, ihn genau darauf hinweisen, wo der Zerbruch stattfindet, was wir dort, dass wir dort eine Verbindung brauchen, über allen Differenzen, und er wird das tun, und wir werden sehen, der Krieg geht vorbei. Die zweite Frage von Betty. Das heißt, umso mehr Leid man hier empfindet, umso mehr Bruch oder Zerbrochener ist man und umso mehr Verbindung braucht man wieder. Richtig. Das ist genau richtig. Je mehr man dieses Leid spürt, ja, desto, und man erhebt diesen, diesen Hissaron, den Mangel zum Schöpfer. Der Schöpfer soll diese, diese Bruchstelle, ja, soll Bruchstelle korrigieren. Dadurch, dadurch wird die Welt korrigiert. Dadurch fühle ich kein Leid mehr. Ich werde auf einmal sehen, okay, der Krieg hört auf. Plötzlich ist der Frieden da. Shalom. Shalom ist der Name des Schöpfers, ja, der Frieden, Name des Schöpfers. Der Schöpfer ist da. Er hat quasi die Korrektur vollbracht, ja, nachdem wir ihn darum gebetet haben, gebeten haben. Ja, Boris, wir haben schon 16.43 Uhr vielleicht noch eine Frage zum zweiten Faktor oder so. Wir haben es ja in der Pandemie gesehen. Es kam ja eigentlich überall so zu einer Spaltung der Gesellschaft zwischen den Impfbefürwortern und Gegnern. Und du weißt, kannst dich erinnern. Und man hat oft Aggressionen auf die Gegenseite, sage ich mal so. Aber es hilft der Gedanke, dass die Gegenseite ja eigentlich auch keine Freiheit hat. Also die reagieren, diese Menschen reagieren ja auch, weil sie ein Produkt ihrer Umgebung und ihrer Glaubenssätze und so weiter sind. Ich denke, das könnte uns helfen, ja auch ein bisschen Verständnis für die Meinung anderer aufzubringen, wenn man im Hinterkopf hat, dass die Freiheit des Einzelnen eigentlich schon begrenzt ist. Fängt schon beim Denken an, oder? Was denkst du? Das ist eine interessante Frage. Niemand außer mir selbst hat diese freie Wahl. Ja, weil das ist auch eine interessante Sicht. Ja, ich als Geschöpf, es steht auch geschrieben, die Welt ist für mich erschaffen. Ja, und ich bin erschaffen worden, das hört sich zuerst egoistisch an, ja, die Welt ist für mich, okay, ich tue, was ich will, ist aber nicht so, weil ich bin erschaffen worden, um dem Schöpfer zu dienen. Die Welt ist für mich da und damit ich dem Schöpfer dienen kann, ja, und somit die ganze freie Wahl habe ich, nur ich, ja. Also es ist, wenn ich etwas sehe, dass jemand etwas tut, ist es nicht, weil er freie Wahl hat, sondern damit ich, also ich nehme das so wahr, ja, ich sehe das nur so, ja. Und es ist meine freie Wahl, dann quasi diese Korrektur zu machen. Also nur ich kann das tun, ja. Und natürlich hat derjenige auch keine freie Wahl, ja. Der vertritt die Meinung, die eigentlich quasi nicht seine eigene Meinung wäre. Ja, er hat dazu keine freie Wahl. Das ist alles vom Schöpfer quasi induziert, beeinflusst, beeinflusst, genau, danke. Also es ist quasi, damit ich dem Schöpfer dienen kann. Wie kann ich dem Schöpfer dienen? Ja, damit muss ich natürlich dann die Korrekturen vollbringen, damit muss ich die Gegensätze verbinden, ja, und diese dem Schöpfer quasi nach oben schicken. Er würde mir dann die Antwort geben und diese Gegensätze verbinden sich wieder zusammen. Ja, somit selbstverständlich hilft es sehr, dass man die andere Seite natürlich ohne freie Wahl sieht. Es ist auch so, ja. Also wenn wir jetzt sogar sagen, wenn ich jetzt sogar sage, okay, wir alle haben freie Wahl. Es sagt man nur so, es hört sich nur so an, aber die freie Wahl habe ich, nur ich, nur ich in dem Sinne. Ja, und das ist aber eine sehr, sehr hohe, quasi hohe Stufe der Wahrnehmung, wo man quasi nur sich selbst und den Schöpfer sieht. Es ist eine sehr, sehr hohe Stufe, aber bis wir dorthin ankommen, dauert er noch ein paar Stufen. An der Stelle, die ganze Welt wurde nur für mich erschaffen, hast du gesagt, Boris. Ich glaube, das ist wirklich trickreich, diese Überschrift, denn die ganze Welt wurde für mich als Übungsplatz geschaffen, so sollte man es sehen. Und an der Stelle möchte ich gerne darauf hinweisen, wir haben ja auch in unserer anderen Livestream-Sendung, die Ende letzten Jahres gelaufen ist, eine Sendung, die heißt, die ganze Welt wurde nur für mich erschaffen. Also wenn ihr wollt, schaut euch das nochmal an, was das genau bedeutet. Und bevor wir zum Schluss kommen, haben wir schon etwas überzogen. Letzte Frage von der Betty. Wenn der Schöpfer diese Negativität verbinden kann, dann ist unsere Aufgabe, uns nicht von der Negativität zu entfernen, sondern den Schöpfer zu bieten, diese zu verbinden. Richtig, das ist genau unsere Aufgabe, dass wir die Gegensätze, die negative, die positive quasi Kraft zusammen verbinden. Alles kommt vom Schöpfer. Er ist der Anfang oder er ist das Ende. Wir stehen quasi wie ein Mittler. Wir zeigen ihm, Schöpfer, lieber Schöpfer, das ist die Stelle, die du korrigieren musst. Und er würde dann diese Gegensätze zu einem verbinden. Das heißt, die Verbindung mit dem Schöpfer ist hier wichtig. Eine tiefe, tiefe Verbindung mit ihm, so dass er quasi diese Bitte hört. Ja, so sagt man auch hört oder dass er erst mal aufnimmt, diese Bitte. Ja, und wenn man tatsächlich diese Bitte hat, das Bedürfnis danach, dass man diese zwei Gegensätze zusammen verbindet, dann wird er das machen, ganz bestimmt. Und ich wünsche uns allen, dass wir so eine tiefe Verbindung zum Schöpfer bekommen, ja, so dass er quasi auf unsere Wünsche hören wird und uns mit seiner Antwort dann glücklich machen kann. Ja, lasst uns das hoffen. Ja, wir hoffen, dass wir ein bisschen mehr Perspektive in diese ein bisschen betrübliche Zeit reinbringen konnten, ein bisschen Hoffnung auch. Vielen Dank, Boris, für deine Antworten. Und ich glaube, wir gehen noch in eine Runde mit der Freiheit am nächsten Samstag. Und wir würden uns freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid. Auf Wiedersehen. Tschüss, vielen Dank. Vielen Dank.